moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ich bin es euer max deus und heute haben wir vor mal hier oben ein bisschen weiter zu planen und zu schauen wie machen wir das denn überhaupt ich glaube hier ist ja noch hier ist freies bauen aber wir brauchen erst mal eine eigene treppe ich war jetzt mal so gemein und hab mal kurz auf grün umgestellt ich würde sagen mit der eigenen treppe ich glaube das würde wenn wir das hier machen meisten sind machen müssten wir vielleicht erst mal so drehen ja das vielleicht so beginnt aber nicht ganz so da müssen wir vielleicht so dann so ob so wie das eher passen genau ja und dann hat man hier so noch ein bisschen steig dass man dann oben drauf kann jetzt ein holz brauchen wir dafür 14 baumstämme und damit fangen wir an wir den erst mal fertig haben dass wir dann von oben anfangen können planen zum ganzen rest zu bauen wir probieren es erst einmal ja mit grün aus ob wir haben nicht genug holz mitgenommen weil ich einfach mal wissen wollte wie krass eigentlich die der grüne farbton aussieht und dann gibt es ja noch die farbe lila die können wir auch noch ausprobieren so vielleicht zur nächsten folge und dann lasse ich euch tatsächlich selber entscheiden wenn es soweit ist mache ich dann community beitrag oder sowas auf youtube dann könnt ihr entscheiden welche farbe am besten aussieht ob weiß lila grün oder blau da gibt es gab es da noch geld müssen wir kurz gucken wir grün lila blau und weiß weiter lassen wir es mal auf grün und dann dürft ihr später wirklich entscheiden so welche farbe die übernehmen oder wir können das auch immer abwechselnd machen so dass wir mal grün nehmen mal weiß mal lila mal blau gleich müssen wir sogar noch ein bisschen holz sammeln das wird das wird lustig so einen haben wir glaube ich noch dort und dann heißt es für uns wieder rüber schippern und holz holen ja eigentlich mehr feiern würde wenn die noch gelb und rot auch noch die blau pausen hätten noch viel geiler dann wäre es von vornherein klar dass wir rot nehmen würden dann hättet ihr keine entscheidung die hätte ich euch einfach weggenommen bzw die entscheidung würde ich euch trotzdem lassen aber dann würde es trotzdem bei rot bleiben dann wäre ich da so ein arschloch weil rot ist meine lieblingsfarbe die farbe gefällt mir schon sehr sehr stark aber da wir die farbe rot hier jetzt dafür nicht haben das ist die entscheidung die komplett frei bei euch da gibt es wieder knochen hey hier geblieben hallo ja genau ja genau bring in um hey ja genau so den nehmen wir nochmal hier hin hängen den ab gehen einmal kurz uns waschen so haben wir noch äh statistik war doch hier oder hier hallo ivera um mich zu heilen wir sind wieder infiziert nur wegen so paar knochen ey die haben mir drei wieder kaputt gemacht so beide brennen wieder nice ich glaube es würde schon sinn machen wenn wir auch mal die anderen höhlen und den einen haben wir ja schon da hinten erledigt kann man sagen ja geh ins feuer wehrt mich auf da eine häppchen den glaube ich will ich nicht mehr haben was machen knochen hallo ich will den knochen ist gammelige fleisch will ich nicht ach so dass er so eine handgemachte ab ist ein bisschen blutiger ja jetzt haben wir den karten da gelassen in so holi oben 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 Hallo? ja komm schon hallo bambi ist direkt bei mir gelandet super wenn die genau da land wo die landen sollen steine meine werden wir noch jede menge brauchen später wenn wir die burg anfangen es wird dunkel wir noch nicht ganz dunkle aber die sonne geht schon unter ich glaube für heute wird das reichen gehen wir am nächsten morgen oder so noch mal dahin aber ich habe voll bock gerade wieder den neuen song hier abzuspielen er hat was wir brauchen noch eben eine schildkröte damit wir zwei schildkröten damit wir nicht verhungern so dann haben wir was zu essen wenigstens nur kurz waschen nice musik motiviert ein dazu sowas zu machen und kommen den kleinen schweißer drauf marsch b b b b b b Um, 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 um. ich dachte schon da wäre er irgendwie wieder ein Mutant oder so ich habe voll die Paranoia auf dieser Insel vor allem seitdem Thrombosen Jonas und hier das Würstchenmonster mich die überrascht haben, seitdem voll die Paranoia dass die hier auch regelmäßig auftauchen oder dass die, die sind ja auch schon beziehungsweise Würstchen ist ja schon bei uns an der Basis hier quasi gespawrt wo ich mir auch denke, wie konnte das passieren so, dann würde ich sagen, die laden wir noch drauf alle komm, das machen wir noch gerade boah, die Polensäure ey okay Ja. und die letzten beiden das spiel sieht mittlerweile richtig farbenfroh aus so dass man gar nicht mehr so viel angst braucht hier irgendwie was zu machen wollen für den spiel spielstil den ich momentan ja betreibe wir eher mehr im baumodus statt im story modus hier aber trotzdem einer noch nehmen wir einen mit dann haben wir hier noch so sieben so kommen wir hier so hoch und dann brauchen wir einen eigenen boden nein nicht diese version sondern tatsächlich eher diese hallo machen wir das halt so ja haben wir hier an so ok nichts runterfallen ja hier hier doktor an ok ok hier doktor an nicht runterfallen ja hier und und wieder hier nicht so haben wir das hier schon mal nicht runterfallen nicht runterfallen nicht runterfallen dann brauchen wir den auch nochmal hier nein nee ok den brauchen wir einmal hier dann muss der hier nochmal hin genau ah nee wir müssen von hier anfangen so dann hier hin du musst du andocken ja so jetzt ganz vorsichtig du musst du andocken nein hier nein nicht da hinten er muss ja da war der da und dann wieder müssen wir schauen gleich hier ich andockt hallo ich will den hier haben mit dem aber der muss muss und dem hier bleiben und dann wieder an dem hier hallo da war was bitte jetzt mal ja aber ist nicht ganz richtig ja okay hoppla ist nicht so ganz wie ich das haben wollte aber naja besser als gar nichts der ist leer kann ich hier trinken so dann würde ich sagen machen wir hier weiter nee nein nicht die variante nicht die variante genau die will ich haben hallo hallo was ist mit dem bist du hier wenigstens dran auch nicht hat der für ein problem verstehe ich nicht verstehe ich gerade überhaupt nicht okay so dann geht der jetzt hier hin genau aber musst da auch anbinden und so ja ist jetzt nicht genau so wie ich das haben wollte aber das wird wohl eher eine sehr provisorische burg nice dann macht mir das jetzt alles automatisch fertig oder wie wenn ich hier jetzt hingehe und dasselbe nochmal nee der geht dann über das komplette ding nee hier nicht wir sind da raus ja fällt herunter so bisher brauchen wir nur 52 Baumstämme das ist machbar das ist relativ wenig so hier vorbei da war es doch gerade hallo nee jetzt doch nicht das was ich haben wollte komm 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 schon hallo was komm ich komm schon ja so ich würde sagen wir gehen lieber erstmal was essen 73 Holz das ist machbar auf jeden Fall so dann erstmal was essen und dann ab ins Bett so diese noch essbar okay ja ich hoffe wenn wir die Burg auf der auf dem Hügel da machen wenn wir die bauen das ist dann weniger so wie das da oben dann aussieht aber ich würde auch sagen vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao das ist dann so ich bin's ein das ist dann Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018